Nach seinem Studium hielt er seine erste Predigt, seine erste wirkliche Predigt. Warst du wirklich einmal Prediger? Ja. Ich werde in dieser Kirche über alles sprechen. Und was ist ein Prediger? Über Gott und die Welt. Ein Seelsorger. Kommen Sie zu meiner nächsten Predigt. Und was macht ein Seelsorger? Er sorgt sich. Im Anfang. Warum? War das Wort. Um Seelen. Ist es nicht anstrengend, sich immer nur zu sorgen? Weißt du, wie man ihn früher genannt hat? Das ist es. Das rasende Evangelium, weil er so schnell gesprochen hat. Mick Jagger der Kanzel. Menschheit spricht. Ob ich vor ihm bestehen kann. Ob ich vor ihm bestehen kann. Als ob irgendwas in diesem Haus einfach wäre. Mit jedem einzelnen Wort. Mit jedem einzelnen Gebet. Mit jeder einzelnen Tat. Es geht um die Ewigkeit. Er ist Prediger. Er ist ein Pastor ohne Kanzel. Er hat seit 17 Jahren nicht gepredigt. Gib ihm endlich jemand eine Kanzel. Oh ne guter Nebnusschrin. Freu mich auf den Tag des Tages. Geh dich ab, ey. Voll dich. Voll... Gar. Das war's.